Und sie gehen. 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 Herr, gib uns bitte deine Kraft und lass uns nicht fallen, Mein Weib trägt unter ihrem Leib den Retter, er bringt Heil für uns alle. Hilf uns weiter, um uns nur dunkel heil. Hilf uns weiter, unser Weg ist noch weit. Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn Maria und Josef jetzt unterwegs seien und wie sie sich darüber äußern würden, was wir Menschen aus Weihnachten alles gemacht haben, in den Einkaufsstraßen und auf den Weihnachtsmärkten, und wenn sie sehen könnten, wie es um die großen Versprechen der Gegenwart bestellt ist. Wir sagen euch an, den Lieben ertrennt, seht die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit, so macht dem Herrn den Weg bereit. Es war einmal ein Tannenbaum, er stand in einem großen dunklen Wald. Der Tannenbaum fühlte sich einsam, er schämte sich. Er war nämlich sehr hässlich. Niemand zeigte ein Interesse an ihm. Sobald die ersten Stürme ein weißes Tuch über den Wald webten, atmete der Tannenbaum tief durch. Dann verbarg er sich unter der Schneedecke. Ich bin stark, sollen die Leute beharrlich reden, nein, oh nein, oh nein. Bald schon wird die Nacht zum Tag, doch des Menschensohn ein kleines Kinderlein. Tränen werde ich weinen, Tränen werde ich weinen, und Schmerzen werde ich sein. Ein letztes Mal im Jahr führen den Hirten die Schritte allenwärts. Die Murmeltiere haben auf wundersame, geschickte Weise ihre Baue mit Steinklötzen verschlossen und halten Winterschlaf, träumen von duftenden Kräutern und Gräsern. Ob auch zu ihnen das Christkind kommen wird? Hast du drei, hast du... Aber steinig, aber steinig, aber steinig, was sein? Dem Ort keinem Klinik, Bischof, nicht kein Mann. Juhu! Da kommt's laut an die Tür, und es geht schon der Wind, und es wird auch bald schreien, aber nehmt, lasst sie ein, und auch keiner lässt bleiben. Ja, drum müssen wir Menschen jetzt ja wieder sehen, wie sie gehen, und sie gehen, wie sie gehen, und sie gehen, durch die dunkle Nacht, durch die Wüsten, am Sonn, eine verlossene Gang, wo kein Mensch nicht drin wohnt. Über d'Heech, über den Berg, durch den Schnee müssen sie fliehen, durch den Sturm, durch den Wind, durch die Finsternis ziehen, und sie gehen, 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 Untertitelung des ZDF, 2020